Die gucken alle schon so komisch. Ja, wir stehen ja auch mitten im Weg. Entschuldigung, kennen Sie sich mit dem Übernatürlichen aus? Komm, Digga, mach diesen Geist weg. Schmelzi. Die drei sind eine Familie. Das ist was Schönes, das will ich nicht zerstören. Irgendwas scheint den Jungen ziemlich zu beschäftigen. Hast du Lust auf ein Date mit mir? Weißt du, ähm, ich hab Psy-Kräfte. Weißt du, woher übernatürliche Kräfte eigentlich kommen? Es sind die Gefühle. Angst, Verunsicherung, Zorn. Du hast so einige negative Gefühle angestaut. Seine Macht darf man auch für sich selbst gebrauchen. Das hast du nun doch auch begriffen, oder? Ich darf meine Kräfte nicht gegen Menschen einsetzen. Welch überragende Kraft wäre in aller Welt? Bist du nur? Ich darf meine Kräfte nicht gegen Menschen einsetzen.